Ja, meine Nerds, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ja, in der letzten Folge haben wir viel Rückblick gehabt. Ich glaube dann eine Vorschau, was passiert und... Jetzt sind wir in einem Gefängnis, wo eine schöne Schlägerei angefangen hat und suchen unsere Sachen. Irgendwo unter dem Tisch. So. Oh Gott, 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 Gott. Das muss der reichen. Okay. Okay. Bingo. Weiter geht's. So. Jetzt nochmal denselben Weg. Und hopp. Und hopp. Jetzt brauche ich meinen Seil aber nicht, oder? Und hopp. Und einmal um die Ecke. Hopp. Hopp. Und nicht hopp. Dann lieber so rum. Und hopp. So, wo lang jetzt? Ja. Na, wenn ich es hier, die Seilsteuerung besser als bei den anderen Teilen. Hopp und hopp. Hopp. Auch nach oben. Auch nach oben. Würde ich mal sagen. Hier, ne? Hopp. Jetzt sind wir oben. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Ja, hab ich mir schon gedacht. Ich stehe zu glauben, dass hier drin dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Woh lang? Gute Frage. Ja, geht's auch. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ja. Sam, verpasst nicht was. Ja, der kleine Bruder macht immer die Drecksarbeit halt, ne? Ja, ist aber da. Können wir hier nicht irgendwo ein Buch umdrehen? Naja. Verdammt. Da hatte jemand wirklich viel Zeit. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Ich mach nochmal. Sonne. Wollen wir die Sonne. Ein Kompass. Okay, gehst du auch mal auf was, Alter? Sonne und Mond. Hm. Moment mal. So was hab ich auf dem Brief gesehen. Hm. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Halten. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Okay. Wo ist der Kloster? Wo ist der Kloster? Da ist das. X. Wo haben wir X? Da haben wir X. Nein! Mann! Leider nein. Das. Hm. Römische 10. Doch nicht. Es stand nochmal im Brief. Wollen wir uns die zusammenzählen. Römische 10. Der andere Symbol. Das Skorpionzeichen. Und eine römische 2. Also 12. 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 10 und 2. X und II. Zieh sich das einer an. Igna, factis, County, Pimus. Das heißt übersetzt, was? Die Zettel denn auch auf? Komm schon. Upsa. Ups. Ups. Ich fühle mich. Gucken. Ups. 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 Ne. Das kriegt ihr auch nicht hin. Eins. Zwei. Und. Drei. Na stell dich nicht so an. Stehen. Das war Gas. Ich will was ab. Ha. Ich will einen Anteil. Träumen weiter. Mhm. Ohne zu sterben. Das war schon mal ein guter Anfang. Oh. So muss es noch. Und hopp. Eins. Zwei. Und drei. Und runter. Deine Mutter. Hast geschafft. Du hast gefunden. Deine Mutter. Ja. Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war er nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht hab ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab's noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Ja. Kann sein. Da ist ein ganzer Haufen alte Akten. Okay. Toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam. Er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay. Ich seh mir die Akten an. Los. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo! Wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische! Gib's eine Woche im Loch! Du bist ein guter Schauspieler, war das. Naja. Ja. Du bist so gut wie ich. Wie kannst du dir sagen? Suerte der Principiante. Verdad? Hijo der Puta. Lo siento, chicos. Tengo queerme. Claro. Te vas cuando estás ganando. Para ti, ja? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rave finden. Rave. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst. Wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lang haben wir versucht, hier reinzukommen? Hm? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay? Keinen einzigen. Es ist so. Kein Rave. Kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Hm. Hm. Und wie viel weiß er? Ja. Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rave, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas. Keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay. Suchen wir uns was für uns niemand. Stört. Hallo. Ach, Bishikama ist auch gut. Okay, die Luft ist rein. Okay. Und was haben wir? Oh, scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht. Keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn es nicht Jesus ist, dann... Lies die Endschrift. Ähm. Diegner Faktis Rezipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs. Tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay. Bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay. Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut. Und Jesus führt ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas. In Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen? Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden. Aber... Finden wir Vargas. Und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da... wusste ich noch nichts von seinen... Freunden. Me dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste. Okay? Un tarde para hablar. Hey, weißt du was? Tu no te metas. Okay. Yeah, Schlägerei. Scheisse, Kalt. Du hast dich auch nicht angeboten. Du hast dich auch nicht angeboten. Du lebst keine Zeit. Ähm... Meines Nachsichts. So, haben wir nur einen. Wow. Bisschen chaotisch hier alles. Oh, jetzt reicht es aber. Nein. 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 Jawoll. Das gibt Kopfschmerzen. Au. Oh. Oh. Trajan los gringos a ma oficina. Déjanos. Déjenos. Déjenos. Ich hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganobe. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, ähm... 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. Fünf von zwanzig. Alle gleich. 22. Fünf von zwanzig. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. Vierhundert Millionen durch vier, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm ihn noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Wir müssen es wirklich wissen. Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Gehört mir. Los. Los. Total unnötig. Gehört mir hin. Zum Leuchttun. Laut Vargas kommt noch direkt darunter. So lang. Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden Trotz. Scheiße. Sackgasse. Äh. Das Fenster. Gehen wir nach unten. Ja! Das ist auf den Plan. Ja! Ich sehe den Leuchtturm nicht. Lasst mich nicht mal von den Platz wegkommen. Kommt die Scheiße. gut langsam danke ja dann komm blöd man hallo ich häng an der wand fest echt jetzt wenn ich es meinem bruder hilft mir den hau ich jetzt auch noch kaputt ja wo lang ja das reicht echt jetzt ja 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 Boah, Mann! Und schon. Verdammt! Sam! Komm! Ich zieh mich hoch! Ich hab dich! Komm! Sam! Nein! Nein! Festhalten! Festhalten! Sam! Ja! Die andere Hand! Wir müssen weiter! Nein, er ist doch da unten! Nein, er ist tot! Komm, das Boot ist auf der anderen Seite! Nein, ich kann nicht! Ich lass ihn nicht hier! Nate! Dein Bruder ist tot! Komm mit mir oder geh zu ihm! Komm! Wie du willst! Sam! Nein! 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 Oh, Sam! Ich komme! Ich komme! Okay, ich muss weiter! Ja! Und so fing alles an! Ich komme! Mann! Ich komme! Mann! Ich komme! Ich komme! Ich weiß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 15 Jahre später Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020